Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unser Besuch hier hat schön warm gefunden, denn er trägt feine Schuhrwolle. Falls Sie sich selber oder jemand anderem bettet, mit etwas selber gliss, mit einem Freude machen, dann wäre jetzt gerade die richtige Zeit dafür. In den Coop-Sendern hat es nämlich eine grosse Auswahl von sorgfältig verarbeiteten Qualitätswollen und das zu unglaublich günstigen Preisen. Besonders günstig ist jetzt die Arcana Pulloverwollen in 10 modischen Farben. Das gute Sigel garantiert es, es ist 100% Schuhrwollen. Und die Arcana Sockenwollen ist von einer besonders strapazierfähigen Qualität, ebenfalls in 10 modischen Farben. Stellen Sie bei diesen attraktiven Wollenangeboten von Coop, wird einem das Lismatoppen zur Freude. Das aktuelle Frischprodukt bei Coop sind jetzt natürlich die Trauben. Man weiss ja, dass die Trauben für den Organismus besonders wertvoll sind, denn der Traubenzucker hat ja eine stärkende Wirkung. Trauben haben aber auch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung. Damit die Aufbaustoffe alle erhalten bleiben, schaut Coop, dass die Trauben sofort nach der Läsung frisch in die Coop-Laden kommen. Profitieren Sie morgen vom aktuellen Wochenendeangebot, die Regina Trauben in ihrem Coop-Laden. Ich habe noch eine freudige Mitteilung für alle Einwohner in Allesheim im Baselbiet. Morgen um 8 Uhr geht ein neues Coop-Center auf mit einer schönen Obst- und Gemüseabteilung und einer ebenso schönen Metzgerei. Und jetzt kommen noch Coop-Aktionsangebote. Passen Sie gut auf, es lohnt sich. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Kilo feine Gala-Eienhörnli statt 2.80 Fr. nur 1.90 Fr. 160 Gramm Gerber-Gala-Doppelram-Käse statt 2.60 Fr. nur 2.10 Fr. Und beim Kuchenteig, beim Blätterteig oder beim Pizzateig sparen Sie bis zu 15%. Und eine mittige Gemüseplatte mit Champignons an 860 Gramm statt 3.50 Fr. nur 2.80 Fr. Diese Grosspackung mit 240 Grunden an Papier-Nastüchern nur 1.95 Fr. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 1 Kilo Zucker statt 1.15 Fr. nur 90 Fr. Und ein Kilo Regina Trauben zum günstigsten Tagespreis. Die Angebote gibt es ab morgen in allen 1'400 Coop-Läden. Auf Wiedersehen.